Was soll schon sein? Ich bin halt hier. Und irgendwie wird es schon weitergehen mit mir. Habt ihr gesagt, was mir gefällt und was mich stört? Und weiß nicht recht, ob's wert hat, dass das jemand hört. So ein paar Weisheiten aus Plaudern, leicht vermessen. Leicht zu verstehen, leicht zu vergessen. Ich bin nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Tag ich den Kopf sehr hoch, dann drückt halt nur der Schein. Es ist mir nicht genug, ein Narr zu sein vor dir. Was soll sich kommen nun mal, so leicht nicht los von mir? Ich wüsst' so gerne, dass dir etwas von mir bleibt. Und weiß doch nur, dass mich die Zeit vertreibt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020